Ein neuer, spannungsgeladener Kriminalfilm. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Hinter jeder Tür lauert der Tod. Wie sah er aus? Ich habe ihn nicht gesehen, nicht sein Gesicht, aber seine Hand, eine Eisenhand, mit lauter Messer. Die blaue Hand. Scotland Yard schickt seinen besten Mantel. Aber auch er kommt zu spät. In einer Irrenanstalt, in der Nähe von London, enden alle Spuren. Wer steckt wirklich dahinter? Der Keller eines alten Schlosses wirkt ein schauriges Geheimnis. Die blaue Hand sucht neue Opfer. Wieder ein echter Edgar Wallace Film.